Lieferung vom 30. Ja, melden Sie sich an. Klar, würden Sie das bitte halten? Danke. Das ist eine Bombe. Ich habe sie gerade scharf gemacht. Nicht bewegen. Wenn Sie sich bewegen, explodiert sie. Wenn ich einen Alarm oder eine Sirene höre, werde ich die Bombe zünden. Verstanden? Gut, ich bin gleich wieder da. Ihr müsst wissen, worauf ihr euch einlasst. Das hier ist nicht Räuber und Gendarm. Der Feind ist überall, aber man kann ihn nicht sehen. Wie soll das laufen? Willst du ein Held und schwierig sein? Oder willst du vernünftig sein und uns helfen, die Welt zu retten? Daten sind der Motor für alles. Du denkst, du kaufst Socken? Aber die wissen, wen du wählst und warum. Wieso ich? Weil ich dir vertrauen kann. Du hast mir doch beigebracht, niemandem zu trauen. Wirtschaftsspionage ist eine schmutzige Methode, sich zu bereichern. Wollen Sie mir etwas vorwerfen? Du hast etwas gefunden, das groß genug ist, um dich fertig zu machen. Gehört alles zum Job, richtig? Niemand hat es je geschafft, eine so große und starke Demokratie zu stürzen wie die unsere. In einem Land, in dem Spaltung und große Wut herrschen, ist der Job schon halb gelaufen. Dieses Mal gab es vielleicht zu viele Möglichkeiten. Ich kann nicht mehr unterscheiden, was real ist und was nicht. Also diesmal hast du richtig scheiße gebaut, Job. Es geht definitiv um etwas Größeres hier. Denn was hast du mich da reingezogen? Es erfordert absolutes Vertrauen zueinander und absolutes Engagement für den Plan. Scheiße, das wird wehtun.